PAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPP? Hallo und willkommen zurück zu der nächsten Folge von Ranch Simulator. Wir haben uns entschieden, wir bauen zu einem Riesenschub hoch. Ich mach uns die Wände weg was passiert. Das geht ja nicht. Es werden mir Folgen geben, was ich wegreiß und was nicht. Ich kann nicht einfach wirrer drauf rausreißen, leider damit vorher das weghopsen und wir hoffen. Die hier waren schon zusammen, aber das ist nicht so. Ich weiß nicht, was ich jetzt weiter tun darf, da geht irgendwie nix. Wow, jetzt hätte ich mal wieder aufs Zelt gedrückt. Ah, da hat die Raufwand gehören weg gehört. Jetzt reiß ich da den Raufwand ab da oben. War nix, hier wird auch nix dazu. Alles rot. Nicht sagt's nur, ist rot da. Naja, wenn's rot ist, ist sagt's immer rot da. Ja, aber wenn ich auf Abreißen tue, tut ja nix. Da muss ich noch das Richtige tun, die Wände müssen, dass die kreißen können. Ist auch blöd, dass man da das Material nicht wieder zurückkriegt hat. Da liegen jetzt nicht so viele Planken umeinander. Huch, und weg. Und? Neue. Weil... Da noch mal ein alter Zaun. Ich hatte mir ein Gewächshaus auch schon überlegt, aber brauchst du wieder ein Glas. Und ich glaub, das ist wieder nicht so günstig. Und das kostet alles nur... Alles nur Holz. Halt, das hast du in den Zaun hinter. Ja, das ist Müll. Der ist quasi offiziell kaputt. Was ist jetzt da? Da ist ein... Wo setzen wir's hin? Da ist... Da ist ein Ding. Ja, in die Richtung da. Du siehst nicht den Bauplan, oder? Nein. Nein? Nein. Ich seh ihn erst, wenn du noch viel Platz hier hast. Ah, jetzt seh ihn. Ja, das ist eine gute... Eine gute Richtung, oder? So, dann... Gibt's eine Mittelsektion... Eine Mittelsektion... Nein, das ist ein Plan. Ich fang mal schneller. Gibt's eine Mittelsektion... Jetzt regnt's. Dann... Eine... Brücksektion. Also wenn's... Wenn's regnet, gießt aber anscheinend nicht die Felder. Erbberg hat nämlich null Wasser. Ah, super. Tomate, Wassermelone, Rack, wenn's wenig Wasser... Ja. Da ist da eine Mittelsektion... Und ein Hinterteil quasi... Und ein Vorderteil. Ein Mittel und eine Einsetzung, ja? Ja. Jetzt... Ich geh mal da gießen... Und ich tue Holz holen. Dann hol ich mal das Wasser wieder. Wenn wir doch mit dem Geld haben... Den zweiten... Einen zweiten Eimer zumindest holen. Ja. Entschuldigung, Mädels. Ich muss euch jetzt... Das Wasser wieder nehmen. Halt. Ich hab jetzt Wasser opgetragen. Eieieiei... Eieiei... Eine Rennerei ist das. Wassermelone und Erdbeer braucht viel mehr Wasser. Aber dafür... Ja. Wachst Erdbeer um einiges schneller. Da ist ein Pferdner schmarrn. Schmarrn. Da grünen wir sich schon. Wassermelone. Die hat bald... Die hat jetzt... Das andere ist ja eingebült. Ja. Weil sich die Wassermelone auch nicht selber... Weil sich die Wassermelone nicht selber gießen kann. Ja. Richtig. Frech. Blöde Melone. Blöde Melone. Halt sie, Halt sie, Halt sie. Ich und mein Halt. Jetzt will ich mal was probieren. Nein, mit dem Autofahren ist auch blödsinnig. Jetzt kostet bloß ein Sprit. Jetzt wird das Auto durchherstellen. Das wollt ihr aufs Autolot. Nein, das wollt ihr nicht grad probieren. Achso, dann fahrs mal hinter im Wald und dann schauen wir, ob das funktioniert überhaupt. Ja. Weil wegen jedem Stamm einzeln laufen, das ist auch ganz schön mühselig. Allerdings kann man natürlich auch die Säge zum Wald bringen. Und die Bräder auflaufen. Gut, das wird auch eine Möglichkeit. Jetzt schauen wir mal, wie wir... Also schauen wir mal, wie wir das auflaufen können bei dir. Jum für jum. Haha! Ah! Gut, du hast den ganzen Baum gleich aufs Auto gelohnt. Hallo? Ja. Also ich muss da wieder direkt auch hinbauen, wo es hinkehrt. Das ist irgendwie cool, aber irgendwie auch... Komm. Also man kann beim Auflohnen... Ja. Ja cool. Aber halt nicht übereinander. Oder? Ja. 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 Dann haben wir die Karte mehr vorhin. Dann wollen wir was auch passt. Ja, wir haben wir aufhört. Ja. Jetzt wird es aufhört, danke. Ja, das ist vor jedem Fall besser. Das ist vor jedem Fall besser, als wenn wir in jedem Ding ganz am Fohlen laufen. Äh, Laufen. Huch! Warte. Würde du wahrscheinlich aufsteigen. Ah, ich hab noch wenig halt gefunden. Ist das bescheiden? Ist das bescheiden? Ah, jetzt hast du den Baum gezogen. Ja. Oh. Oh, Sonne. Ich warte extra. Ja. Das ist Sonne. Sonne ist rastig. Sonne. Der Sonne ist shining. Oh, geht schon was aufhört. Das ist keine Kache. Das möchtest gar nicht glauben. Ja, gerade hast... Du hast da gerade grün. Du hast da gerade grün. Du hast da gerade grün. Da brauchst du ruhiges Handterl. Der Ronny Mow... Ah, Baumfeld! Falsches Spiel. Falsches Spiel. Falsches Spiel. Not okay. Ich seh'n nicht an you. Ich bin mir gespannt, wenn noch blieb die Karren zusammen, was die explodiert oder was auch immer. Wie die Explosion. Selbstvoll. Nein, du hast deinen Baumstamm in meinen grünen Ding rein. Nicht schön auf der Seite. Wie hast du das Spiel? Mikado, oder? Ja, aber du musst halt mal es aussetzen. Mikado, du musst deine Stäbchen aussetzen und nicht lagern. Oh, ja, ja, ja. Hä? Was ist los? Äh. Na. Ja, hier hat noch was. Von der Weiden hat es gerade ausgeschaut. So, fahren wir aber. Zeig, was ist aber gefallen. Das Auto wird nicht hingegangen, aber schon. Braucht mir noch eine, dass es schneller geht. Eine Sog? Weiß nicht, was so eine Sog kostet. Hallo? Also, einschalten. Weiß nicht, was so eine Sog kostet. Bestimmt ein paar Hundert. Um Gottes Willen, müssen wir die Phasen umstellen. Die schneide falsch. Was? Eine Tatsache. Scheiße. Aber alles geht trotzdem irgendwie. Deswegen quält er sich wahrscheinlich so. Komm, geh ich hier und schneide kommen sie von nah und fern. Alle wollen meine Bretter, alle haben sie gern. Komm auch du, greif zu. Kennst du die Folge von Family Guy? Wo der Peter in so eine Hütte von den Amischen wieder einreißen tut. Und läuft dann auf einmal und steht es wieder. Also, weil die Leute dann wieder wieder aufbauen. Ja, genau. Jetzt legt ihr es nochmal und das geht dreiviermal so. Ja, aber bei uns geht es leider nicht so schnell wieder aufbauen. Von der Hütte. Weil wir sind noch keine Amische. Ich hab schon mal gemauert. Alles super, super, super. Obwohl viele Amische ja eigentlich Deutsche vorfahren haben. Das sind ja deutsche Auswanderer, die Amische. Keine Ahnung. Ja, die reden da Englisch, also Deutsch und Englisch. Das heißt, wenn wir nach Amerika auswandern, dann zu den Amischen. Ich verstehe uns wenigstens einigermaßen. Dann müssen wir mit den Englisch lernen. Also so mit dem Auto aufladen und Holz bringen, das ist viel praktischer, als wenn wir jetzt den Einzelnen halt. Ja. Aber ist das nicht so, dass man da oft eine Schwester heiraten muss? Oh Gott. Das ist wie in einem Bergdorf, weißt du schon? Wenn sie sich scheinen lassen, sind sie noch mal Geschwister, weiß ich. Ja, genau. Das ist das Gute. Oh mein Gott, ich bin so in die Hölle. Weißt das eh. Wenn der Stammbaum ein Kreis ist, weißt du, das sind einfach Geschenke zum Kaufen. Ein Muttertag und für die Schwester und alles ist alles eins. Ich habe mal einen Schluck Tringer da. Oh, ich glaube, irgendwas muss ich da noch mal neu starten. Ich habe jetzt schon da ziemlich ausgelassene Frames. Ja, das ist jetzt immer die letzte Folge. Dann schauen wir das überhaupt auch im Bereich. Ja, ich müsste es auf jeden Fall fleißig kommentieren. Da lassen Likes und Abos und das muss gar so schäbern, he. Wir haben uns da abgebildet mit dem Holz. Oh, guck einmal. Guck einmal. Warte, guck einmal. Ach, ist das nicht große Melone. Die andere ist noch nicht ganz fertig. Aber die Melone ist echt schnell. Die hat jetzt alles eingeholt, gell? Ja. Aber die anderen haben schon wieder kein Wasser, oder? Nein, du musst alles wieder gegessen, Junge. Eh schon wieder. Da brauchen wir unbedingt ein Bewässerungssystem. Ja. Gesextag hätte man da auch mal schauen können, was wir... ... wie die Platte haben. Ja. Weil ich leider einmal. Aber wo habe ich das gesehen? Irgendwo habe ich mir das, glaube ich, einmal... ... Wanddeko, Holzregal... ... am Brunnen gab es... ... ein traditioneller Brunnen, um Wasser aus dem Boden zu ziehen. Aber da müssen wir wahrscheinlich auch selber gegessen. Und... ... Getreidespeicher Windmühle. Windrad zu Wassergewinnung aus unterschiedlichen Quellen. Füllt alle Wasserträger im Bereich. Ihr seid doch guter. Was kostet sowas? Baum aber nicht. Warum? Er kostet nur 150 Metall. Wie bitte? Sollen wir das Metall hier kriegen? Gibt es irgendwo Eisenmine? Da war der Förderanlag billiger. Da war der Förderanlag billiger. Wie? 20 Zement und 20 Metall. Förderanlag zum Gewinn von Öl aus aktivitem Ölverkrank. Ach so, ja mit Öl können wir schlechter unsere Pflanzen gießen. Also das wäre ein bisschen... Das geht schon. Dann gehe ich nochmal... Das geht ab. Was ist denn wieder alles? Wasser. Wasser. Danke, Slade. Danke, Slade. Ich glaube, wir haben ja wirklich einfach nur so ein... ... so ein Kanister da. Da einmal in die Nähe hinstellen und einen Eimer. Dann haben wir die Hähne was zum Essen, auch zum Bringen. Und wir haben auch vorne einen zum Gießen. Was hast du gesagt, dass du so ein Wasser behältst? 30? 30, ja. Ja. Ich glaube 15. Ich habe das gehabt noch. Aber vor allem wir haben eh noch das Fleisch haben wir nicht mehr. Aber willst du da die Melonen? Boah, die schöne Melonen, hä. Die Melonen. Nix über schöne Melonen. So. Alles gegossen, was man gegossen werden muss soll. Gegossen kann. Hallo, Hühner. Da hoppt's noch wieder. Der ist noch nicht da und das Holz weg. Junge. Der dort ist noch ohne Holz. Oh, fertig, fertig. Ernten. Halleluja. Kann ich nicht mehr drüberschauen über die Wassermelone. Das ist eine große Wassermelone. Wofür bringt dir viel Geld? Ja, wenn sie groß sind, dann hast du nicht automatisch, dass sie gut sind. Nein. Und ich mag eh mehr die Süßlichen. Wachsen die automatisch weiter oder wie? Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Das hat's auch. Das ist wieder eine kleine Anzahl. Aber gießen müssen wir es gleich wieder. Das gibt ja ganz andere Möglichkeiten. Nein, muss man nicht. Ja, alles. Ah. Die hat null. Der vordere. Der hintere hat 32. Okay. Oh, ich dachte, das ist die Melonen. Ich zog aber nur die Ohren, weil ich nehme auch gleich mit zum Testen, was das bringt. Wo ist das Käfig? Und alles. Also wenn jetzt so eine Wassermelone 10 oder 5 abbringt, dann bauen wir aber da 4 und nochmal nochmal 4. Dann brauchen wir unbedingt noch mehr Wasser. Also mehr Möglichkeiten zu gießen. So, Futter habt ihr noch 3. Wasser habt ihr sowieso. Wasakifutter haben wir noch. Wow. Aber die haben wir auch ja. Also meine und die da. Gerade geht los. Ja, von rechts, von rechts. Ja, 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 ja. Ich wollte gerade spekulieren. Jump Yama. Sprit sparen. Was ist das? Sprit sparen. Wow. 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 Seid, das ist perfekt eingepackt. Das heißt ja, perfekt eingeschädelt. Aber nicht an so einem Co-Verkaufer, der draufsteckt. Den brauchen wir. Gefickt eingeschädelt. So, wer kaufen? Sieben bringt. Sieben, also vierzehne für beide. Was haben wir jetzt das Samen gekostet? Das können wir eh nochmal schauen. Verkaufen? Boah, fünf Eier, kriegen wir 30. Eier ist der größte Shit. Dann brauchen wir noch ein paar Hähne. Kaufen. Du hast das ganze Kabel verkauft. Deswegen war das so bei Eier. Kabel ist weg. Nein, es sind nur Eier durchstanden. Wahrscheinlich brauchst du es mit den Eiern. Also, ein Wassermelonpackl Zehne. Nein, wir brauchen auf jeden Fall so einen Wassertank. Nein, Wassermelon, wir haben ja noch Samen. Nein, aber er hat Zehne gekostet. Und was hast du gesagt? Was ist ausgegangen? Sieben oder acht? Also, zehn Kerne waren drin. Und Sieben gibt es pro Melone. Also haben wir auf jeden Fall schon mal gewöhnt gemacht. Du kriegst pro Tagl pro Tagl auf einmal 60. Nein, da müssen wir noch mehr da müssen wir noch ein paar hier Bete bauen. Also ein Holzeimer kostet acht. Den sich nehmen wir einmal. Nimm zwei. Dann können wir zu zweit essen. Nimm zwei. Zwei Holzeimer. Und also einen Wassertank. Kostet 30. Und der Korb kostet zehn. Wie viel Geld haben wir noch? Glaubens so viele Hähne. Oder zwei. Sagst du mal. Dann haben wir das. Fuchze. Wie können wir uns fünf Hähne kaufen? Aber kommt drauf ab, die alle am Platz haben? Nein. Oder einen Hahn. Oder ein Hahn. Oder ein Hahn. Dann braucht man aber so ein komisches Gerät zum Eier. Durch leichten. Müssen wir nicht einmal die verkaufen gehen oder nicht. Gut, dann verkaufen wir sie. Das kostet Honig. Ich weiß nicht, ob das gekauft wird, wenn die befluchtet sind. Nein, wir haben zwei Hähne, oder? Da unten einen Hähnenkorb. Also so ein Eierkorb. Den habe ich jetzt. Weil du es dann verkauft. Ja, habe ich schon drin. Ich verkaufe ihm alles. 156. So, aufladen. Äh. Das ist ein Hübschid. Das habe ich bloß auch nicht mehr gekauft. Nein, du hast da andere. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, ich habe schon sauber aufgelandet. Oh, da ist die Hände. Oh, da ist die Hände. Oh, da ist nur eine Hände. Dann verkaufen wir die noch auf. Die haben wir noch aufgelandet. Ja, okay. Fahr aber nicht so schnell, sonst ringshober. Okay, before the week. Yeah! No, da fährst du. Da fährst du hin? Ich habe keine Ahnung. Du bist ein bisschen weiter rechts. Bisschen weiter rechts. Es geht nicht, da steht ein Baum. Du bist vorher schon draufgefahren an den Baum. Der steht noch, oder? Ja, ja, der ist ein Blödsinn. Huch, auf einmal ist da ein Baum gewachsen. Oh, ja, vor die Hände zusammen. So, Hähner. Grüßt euch, da wohnt ihr. Weil Spaß. Steht da irgendwas Maximale, was man machen kann? Ich glaube, das steht beim Bauen dabei. Ich glaube, vier oder fünf ist da da und dann für den Stall. Da müssen wir aufpassen, weil die liegen ja in die Eier da ins Große, und die dürfen wir es dann tatschen. Dann können wir den Hähnerkorb gleich noch da lassen. Wir haben mal den da. Den glänzen. Empfohlen für die Haltung von maximal fünf Hennen. Ja, wir haben vier. Wir haben vier. Na, vier. Vier müssen. Dann können wir maximal noch eine rein. Jetzt läuft der da voll, ja, genau. Hätverräumt. So, drücken, um zu bewässern. Drücken, um zu bewässern. 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 Dann seht ihr, mit zwei geht das gleich viel schneller. Dann mache ich den vor, dann tue ich den gleich weg, dann können wir den anderen noch voll machen. Dann können wir jetzt noch ein paar Bisschen bauen, oder? Nein, entschuldige, müssen wir noch fertig bauen, haben wir gesagt. Ah, den haben wir auch noch. Braucht man den noch. Alles fertig. Und? Ja, Holz werden wir noch brauchen. Äh, sechs. Sechs Planken. Ja. Dann fangen wir noch mit Holz rein. Eigentlich können wir wieder voll machen, weil dann... Vorsicht, Baumstumpf. Ja, okay, danke, dass du mir das gesagt hast. Ja, weil dann können wir die Zettel auch hier bauen. Ja, tschau, wir sind ein paar. Ja, ist ja gut. Ne? Gehst du ja, gehst du. Mit deinem Bami ist aber so scheiße, wenn du ihn nicht nennen tust? Sehst du ihn noch nicht dabei? Ja. Warum hab ich denn jetzt so da eigentlich Eddie... Wie hat man sich dann nochmal wechseln können? Äh, Frau. Warum hast du... Stimmt das, ich hab ihn nicht mehr hinter den Schild zu sehen. Wo sehe ich denn dann? Äh, ich seh jetzt quasi meine Augen. First Person oder wie was? Du kannst das jetzt gar nicht sagen. First Person, wie was denn? Äh, wenn du auf V drauf bleibst. Wenn du wieder drauf bleibst, gehst du wieder raus. Ah, sehr gut. Na ja, freu mich doch. Bin halt ein alter Pro. Pro-Gamer. Du hast das quasi eh schon dreimal durchgespielt. Ja, ich auch freu, freu. Ich hab schon... Äh, was brennt denn da? Das ist zu? Das ist... Ach, gut. Auf einmal eh. Komm, ich schliere. Na, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ja. Dir. Ein Sonnenuntergang. Ein extremer. Ja. Ich fahre noch irgendwie mehr auf. Ich passte auf die Karre. Leichter zumindest. Jetzt wird es schon wieder finster. Einen kleinen Schuss. Mir fliegen die Baumstümpfe aber so weit in die. Ja. Wenn wir schnell abbauen, geh. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. ja ja erinnert mich gerade an hier waren vor ja mal ein hafer baumstimmen müssen da muss ich mir doch irgendwo ein platz ist auch ich da ist mit dem mit dem licht macht das ist aber nicht leichter das ist so hell also das licht ist nicht so gut ballonzt finde So, einen habe ich noch. Du hast eins daneben geschmissen, glaube ich. Das ist uns runtergekullert. Was? Oder? Nein, es hat ein Metall gestanden. So, dann fahren wir es wieder hin. Findest du noch Platz? Ja. Maximal überlohnt. Ja, ja, ein bisschen überlohnt. Aber nur ein bisschen. Alter, komischen Wendekreis hat der Fall schon. Ja, gut. Dürfen wir nicht Gas geben. Einmal legen. Und auch. Nein, aussteigen zuerst. Danke. So, bitte. Bitte, 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 bitte. Boah. Schalt einmal das Licht ein. Schalt einmal das Licht ein. Und dann schau einmal ins Büch ein. Nein, weil das voll hell ist. Das musst du ausschalten, oder? Brutal. Brutal. Es gehört noch einmal ein bisschen Balance, das Licht. Balanced. Ja, aber keine Gewalt. Ich bin gespannt, was das andere Gemüsezeug bringt. Sie hat jetzt die Wassermelone gebracht. Aha. Dann haben wir also fünf Beete pro Ding kriegen wir quasi, haben wir zusammen da insgesamt. Und die werden, die werden alle nachwachsen. Ja. Dann haben wir es geschafft. Dann schauen wir, was das Meer bringt und dann bauen wir nur noch das an. Ja. Dann haben wir das Spiel durchgespielt. Ja. Dann haben wir schon das Spiel quasi gemeistert. Super. Und das in der dritten Folge. Oder ist das die vierte? Ich weiß gar nicht. Nein, das ist die dritte. Aber in der dritten Folge haben wir quasi schon das Spiel geknackt. Also den Code haben wir schon. Das läuft. Ha. Gemüsebauern sind wir Gemüsebauern. Wir haben das unendliche Spiel durchgespielt. Zweimal. Gestern habe ich mich schon endlich gezählt. Zweimal. Das habe ich auch erklärt, wie lange das dauern würde, wenn wir bis eine Million, nein, bis eine Million, wenn es zu ihm ist, wie lange das du brauchst jetzt. Echt? Wie lange brauchen wir das? Das weiß ich eben nicht mehr so genau. Aber es war. Es war lange. Nein. Eins, zwei, eine Million. Haha. Zeigst du als Ficken zurück. Ja. Super Saubertschneu. Hast du viel an. La Bitch. Das kann ich mit einer Hände herabzählen. Du. Du. Eine Million Finger. Fertsch. Da können wir schon unser Gemüse drin lagern. Unsere Eier. Da müssen wir noch Regale einbauen und Melkmaschinen, wenn wir dann einmal Stiere kaufen können. Oder Stiere melken, oder? Ja. Gut, dass wir kein Stock mehr nennen. Leidsame Wesen. Das ist ja ein komisches Pferd. Wunder. Mhm. Gut, dass es braune Kühe gibt. Ich mach keinen kleinen Körper. Ja. Wir brauchen fast schon gescheit viel. Also Holz gehöre ist unendlich. Ich hoffe, dass das Zeug nachwächst. Das ist mir irgendwann ein Problem. Aber auch generell. Die Schupfer hat jetzt auch so ein Ding 16 gebracht. Ja, ja. Oder so ein Holzbett braucht 18. Das ist irgendwie nicht so ausgewogen. Nein. Oh mein Gott. Ja, bitte. Haben wir schon bei Folge 5, oder? Ja. Warten wir eigentlich, ja. In der Theorie. Da müssen wir schneiden. Wie die Kreissocke. Ja. Da musst du einen coolen Break ändern. Ja, der coole Break, der kommt jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das würde ich mal sagen. Fürs der Meister. Ja. Bis zur nächsten Folge. Auf jeden Fall, like und kommentare lassen, dass wir wissen und wir da weiter machen müssen. Herfahren. Sollen. Ja, ich hoffe. Freilich. Also. Jetzt hat er nicht wie ein Wort. Was? Hä? Was soll denn ich wie ein Wort so gehen? Du schaust aus wie, naja, ein Cold Break Mountain Ranger. Ja. Also denn. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.